Musik 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 Erneut zanken sich immer zwei Barriers durch die Mitte, doch der Lauf wurde früh gestoppt, und somit vierter Versuch und drei Arzt zu gehen. Todsbassspiel nach außen, guter Raum gewinnt zum neuen First Down. Applaus 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 Unverständlicher Passversuch und die Bärs bringen ihr Special Punk Team aufs Feld. Applaus Unverständlicher Passversuch und wir haben erneut den vierten Versuch. Applaus Das hat nicht funktioniert, somit Turn-off und Downs erster Versuch für die Bärs Offense. Applaus Und auch die Bärs haben kein Glück, Turn-off und Downs, Eberswalde mit der Offense. Applaus Unverständlicher Passversuch und die Bärs aufs Feld. Applaus Unverständlicher Passversuch und die Bärs aufs Feld. Applaus Unverständlicher Passversuch und die Bärs aufs Feld. Gut verteidigt, fast intercepted. Applaus Unverständlicher Passversuch und die Bärs aufs Feld. Unverständlicher Passversuch und die Bärs aufs Feld. Unverständlicher Pass auf dem Feld. Ein sehr guter Lauf. Unmütlicher Snap. Ein sehr guterilt. Lauf in der Hälfte und Hälfte Laufspiel durch den Vorderback. Für ein theoretisches First Down, aber es sind zwei Strafen angezeigt. Wir haben ein Blindside-Bog, dadurch eine 15-Jahr-Strafe. Der erste erfolgreiche Pass-Team, das Wurdeberryer ist. Unvollständiger Pass, dritter Versuch. Eine Pong-Return-Touchdown für die Berlin-Bills. Und der extra Punkt, nicht gut. Mal sehen, wir Cinna-Touchdown für die Berlin-B ним. Ein Spiel, zwei, zwei, drei. Ein Spiel, zwei, drei. düstere Musik und die Mitbarn einen Ball, der sich gut verlincht. Die Bedingungen werden auch nicht rein. Oh, das war knapp. Incomy-Pass. Wir haben den vierten Versuch und Timeout von Ewa Svalder. Ein vollständiger Pass bringt ein neues First Down für Ewa Svalder. Oh, das ist ein schiff. Oh, das ist ein schiff. Nein, 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 ich will nicht rühren. Quarterback Run über die Außenseite bringt ein neues First Down. Weiterhin bleiben wir beim Laufspiel gut gestoppt von unserer Bears Defense, vierter Versuch. Diesmal war es von Erfolg gekrönt, langer Lauf, neues First Down an der 39-Jahr-Linie der Burden Bears. Schneller Tackle, Laufspiel gestoppt. Und das hat diesmal nicht geklappt. Turnover und Downs und die Bears sind wieder am Ball. Da bricht der Runny-Mac durch für ein starkes Laufspiel. Hier verletzt sich leider dabei, nichtsdestotrotz First Down Eberswalde. Wenn's läuft, dann läuft's. First Down Eberswalde. 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 Somit neuer Spielstand im dritten Corner, Bürgbiers 6, Eberswalde 8. Ein wunderschöner Return, leider liegen zwei Flaggen auf dem Feld. Somit kein Touchdown, billigares Blocken in den Rücken. Vollständiger Pass zum First Down, neuer erster Versuch. Ein etwas zu langer Pass. Ein vollständiger Pass zum First End Goal an der 6-Jahr-Linie. Touchdown, Berlin-Beers! Applaus Erneut ein Jahr Traumgewinnen, dritter Versuch. Erneut ein Jahr Traumgewinnen, dritter Versuch. Vollständiger Pass, neuer erster Versuch. Erster und Zehn. Eine Fast Interception mit Glück. Incomplete Pass. Aber eine Flagge auch, gefällt. Ein guter Tackle. Gute Ballkontrolle des Eberswalder Spielers, kein Raumgewinn durch den Return, erster und zehn an der Siebenjahrlinie von Eberswalder. Und ein schöner Deckel von unserer Nummer 22, Sven Ohm, der heute auch sein letztes Spiel spielen wird als Berlin-Bär. Auf diese Weise möchte er auch einmal Danke sagen für all die Leute, die hier ihn supporten, die die Bärs supporten. Und wir bedanken uns auch ganz recht herzlich bei dir, Sven. Und wir haben erneut ein Turnover und Down, somit First Down Berlin-Bärs. Unvollständiger passen die Entscheidung. Und Viertor-Versuch ist erfolgreich. Somit neuer Spielstart, Börren-Bärs 15, Eberswalder 8. Kick-Up-Return geht bis an die 41-Jährigen hier. Knapp, 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 knapp. Fast Intercepted in Clubby Pass. Zweiter Versuch. Knapp, 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 knapp Guter Druck auf den Quarterback in Clubby Pass. Unvollständiger Pass und das war das Ende des Spiels. Sie werden das Gewinne mit 15 zu 8 in ihrem ersten Eröffnungsspiel der Saison. Die Flippers sagen Dankeschön. 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 Die Flippers sagen Dankeschön.